Willkommen bei Bionics. In diesem Video stellen wir die neuen Produkte für 2016 vor. Den RC3 Controller, das DS3 Display, die integrierte Unterrohrbatterie sowie den D-Series Motor für Rahmen mit 142 x 12 mm Steckachse. Der RC3 Controller ist ein neues Bedienelement, das für unsere komplette Produktpalette bei ausgewählten OEM-Herstellern erhältlich sein wird. Der RC3 kann mit dem neuen Farbdisplay DS3 kombiniert werden, fungiert aber auch als eigenständiges Bedienelement. Der RC3 ist ähnlich aufgebaut wie bisherige Bionics Produkte, jedoch mit einigen Verbesserungen und neuen Funktionen. So verfügt er über die bekannten Plus-Minus-Tasten für die Unterstützungs- und Rekuperationsstufen, allerdings mit einer neuen ergonomischen Form. Der Befestigungsring aus Aluminium sorgt für einen stabilen Halt am Lenker und eine verbesserte Rückmeldung bei der Bedienung. Je nach gewählter Stufe, Unterstützung, Neutral oder Rekuperation leuchten verschiedenfarbige LEDs am Controller auf. Weitere LEDs an der Seite des Controllers zeigen den aktuellen Ladezustand des Akkus an. Der RC3 verfügt über unseren bewährten, drucksensitiven Schiebehilfe-Knopf, der nun vergrößert wurde und so selbst mit Handschuhen eine einfache Bedienung ermöglicht. Vier neue Tasten sorgen dafür, dass der Controller auch als eigenständige Fernbedienung genutzt werden kann. Eine separate Licht-Taste, eine Ein-Aus-Taste sowie zwischen den Tasten für die Unterstützungsstufen eine Auswahl- und eine Scroll-Taste. Mit diesen kann in Kombination mit dem DS3-Display in den Menüs nach links bzw. rechts navigiert und Einstellungen ausgewählt werden. Das DS3-Farbdisplay bietet drei verschiedene Bildschirmansichten. Die Hauptansicht kann im Einstellungsmenü geändert werden. Durchhalten der Scroll-Taste für drei Sekunden kann zwischen den einzelnen Ansichten gewechselt werden. In der einfachen Ansicht werden nur die Basisfahrdaten angezeigt. Die erweiterte Ansicht zeigt zusätzlich die Leistung des Systems an und die technische Ansicht bietet eine umfangreiche Sammlung aller Fahrdaten, wie man sie von High-End-Fahrradcomputern kennt. Mit einer Vierteldrehung nach links lässt sich das leichte DS3-Display bequem abnehmen. Die integrierte Unterrohrbatterie ist ein Design-Meisterwerk von Bionics. Klare, saubere Linien, ein einfaches Einsetzen und Abnehmen dank der drehbaren Arretierung samt Schnappschloss sowie der neue, speziell angefertigte, schwimmend gelagerte Rosenberger Stecker, der sich selbst ausrichtet und komplett abgedichtet ist. Im Inneren des neuen Akkus befindet sich ein Zellpack mit 555 Wattstunden und dank der bewährten Deep-Sleep-Technologie kann der vollgeladene Akku bei Nichtnutzung bis zu eineinhalb Jahre gelagert werden. Das Laden erfolgt wie bei allen unseren aktuellen Akkus mit dem leichten, portablen Bionics-Netzteil. Eine weitere Neuigkeit präsentieren wir im Bereich der Motoren. Der sportliche D-Series ist jetzt mit Rahmen für 142 x 12 mm Steckachse kompatibel. Der neue Stromstecker sorgt für zuverlässige Funktion auch unter härtesten Bedingungen. Registrieren Sie jetzt Ihr 2016er Bionics-Produkt und erhalten Sie eine kostenlose einjährige Gewährleistungsverlängerung auf drei Jahre. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt. Ihr Bionics-Team